Ein Hund namens Money spielerisch zu Erfolg und Wohlstand von Bodo Schäfer. Mehr im Buch auf Amazon und auf www.marcusflicker.com Ein Hund namens Money von Bodo Schäfer ist mehr als nur ein einfaches Buch über Finanzen. Es ist ein motivierendes Lehrstück, das auf spielerische Weise erklärt, wie man finanziellen Erfolg und Wohlstand erreichen kann. Die Erzählung dreht sich um die elfjährige Kira, die einen verletzten Labrador findet, den sie liebevoll Money nennt. Dieser Hund erweist sich jedoch als außergewöhnlich, denn er spricht nicht nur, sondern ist auch ein wahres Finanzgenie. Mit seiner Hilfe lernt Kira wichtige Lektionen über Geld, Sparen, Investieren und Schuldenabbau. Diese Geschichte ist nicht nur für Kinder geeignet, sondern auch für Erwachsene, die den Einstieg in die Welt der Finanzen auf einfache und unterhaltsame Weise suchen. Die Idee hinter dem Buch Bodo Schäfer, Europas bekanntester Money Coach, hat in ein Hund namens Money eine Methode entwickelt, die das Thema Finanzen auf eine neue und unterhaltsame Weise zugänglich macht. Anstatt trockene Theorien über Geldanlagen oder Sparstrategien zu vermitteln, verpackt er diese in einer liebevollen Geschichte, die die Leser fesselt und gleichzeitig lehrt. Der sprechende Hund Money steht dabei symbolisch für die Weisheit und Erfahrung im Umgang mit Geld. Durch Kira, das Mädchen, das Money findet und von ihm lernt, erfährt der Leser, wie man den Weg zu finanziellem Erfolg Schritt für Schritt beschreiten kann. Die Bedeutung des richtigen Mindsets. Das Buch vermittelt eine der grundlegendsten und wichtigsten Lektionen im Finanzbereich. Der richtige Umgang mit Geld beginnt im Kopf. Money zeigt Kira, dass es nicht nur darauf ankommt, wie viel Geld man verdient, sondern vor allem darauf, wie man über Geld denkt. Oft sind es negative Glaubenssätze, die uns davon abhalten, finanziell erfolgreich zu werden. Das Buch betont, wie entscheidend es ist, diese Blockaden zu überwinden und eine positive Einstellung gegenüber Geld und Erfolg zu entwickeln. Finanzielle Ziele setzen. Eine der zentralen Botschaften des Buches ist die Bedeutung klarer, messbarer finanzieller Ziele. Money erklärt Kira, dass es nicht ausreicht, einfach nur reich werden zu werden. Man muss genaue Vorstellungen davon haben, wie viel Geld man wann und warum benötigt. Diese Ziele geben die Richtung vor und motivieren dazu, dran zu bleiben. Wer sich spezifische und realistische finanzielle Ziele setzt, wird diese mit der richtigen Strategie auch erreichen können. Der Wert des Sparens. Ein weiteres zentrales Thema in Ein Hund namens Money ist das Sparen. Money lehrt Kira, dass regelmäßiges Sparen ein unverzichtbarer Baustein für Wohlstand ist. Dabei geht es nicht darum, auf alles Schöne im Leben zu verzichten, sondern bewusste Entscheidungen zu treffen und Prioritäten zu setzen. Sparen ist der erste Schritt, um sich finanzielle Freiheiten zu erarbeiten und Reserven für unvorhergesehene Ausgaben aufzubauen. Investieren. Geld für sich arbeiten lassen. Ein wichtiger Schritt zur finanziellen Freiheit ist laut dem Buch das Investieren. Kira lernt, dass es nicht reicht, einfach nur Geld zu sparen. Um es zu vermehren, muss man es gewinnbringend anlegen. Dabei werden auch die Grundlagen von Aktien und Fonds auf einfache Weise erklärt, sodass auch Finanzanfänger diese Konzepte verstehen können. Money zeigt Kira, dass Investieren nicht risikoreich sein muss, wenn man klug und überlegt vorgeht. Schulden abbauen und vermeiden. Ein weiteres essentielles Thema, das schärfer aufgreift, ist der Umgang mit Schulden. Viele Menschen befinden sich in einer Schuldenfalle, weil sie keine klaren Strategien haben, um diese abzubauen. Money erklärt Kira, dass Schulden nicht nur die finanziellen Möglichkeiten einschränken, sondern auch das psychische Wohlbefinden belasten. Das Buch gibt praktische Tipps, wie man Schulden abbauen und gleichzeitig vermeiden kann, neue Schulden anzuhäufen. Dabei liegt der Fokus auf Disziplin und der Bereitschaft, finanzielle Verantwortung zu übernehmen. Geld als Werkzeug für Träume verstehen Money zeigt Kira, dass Geld nicht das Ziel an sich ist, sondern ein Werkzeug, um Träume zu verwirklichen. Wenn man lernt, Geld richtig zu managen, kann man sich finanzielle Freiheiten schaffen, die es einem ermöglichen, ein erfülltes und glückliches Leben zu führen. Dabei wird klar, dass Wohlstand mehr ist als nur finanzieller Reichtum. Es geht darum, seine Träume zu leben und sein volles Potenzial zu entfalten. Bildung als Schlüssel zum Erfolg Ein weiterer wichtiger Aspekt im Buch ist die Bedeutung von kontinuierlicher Bildung. Money erklärt, dass der Schlüssel zu finanziellem Erfolg in der ständigen Weiterentwicklung liegt. Wer sich immer wieder neues Wissen aneignet, kann bessere Entscheidungen treffen und ist auf lange Sicht erfolgreicher. Das Buch ermutigt dazu, sich mit Finanzthemen auseinanderzusetzen und Verantwortung für die eigene finanzielle Zukunft zu übernehmen. Verantwortung übernehmen Das Buch betont die Bedeutung von Selbstverantwortung. Money zeigt Kira, dass niemand anders für ihre finanzielle Zukunft verantwortlich ist, außer sie selbst. Dies ist eine zentrale Lektion für jeden, der finanziellen Erfolg anstrebt. Durch aktives Handeln und kluge Entscheidungen kann jeder die Kontrolle über seine Finanzen übernehmen und sein Leben in die gewünschte Richtung lenken. Das Buch als Familienwerkzeug Ein Hund namens Money ist nicht nur ein Buch für Einzelpersonen, sondern eignet sich auch hervorragend, um als Familie über Geld zu sprechen. Oft ist das Thema Finanzen in Familien tabu, doch Schäfer zeigt, wie wichtig es ist, offen und ehrlich über Geld zu sprechen. Es ist eine großartige Gelegenheit, Kindern frühzeitig die Grundlagen des finanziellen Erfolgs beizubringen und gemeinsam als Familie die richtigen Entscheidungen zu treffen. Top 10 Tipps aus dem Buch Ein Hund namens Money Setze dir klare und realistische finanzielle Ziele. Spare regelmäßig und achte auf einen bewussten Umgang mit Geld. Investiere klug, um dein Geld zu vermehren. Entwickele ein positives Mindset gegenüber Geld. Lerne, finanzielle Verantwortung zu übernehmen. Vermeide unnötige Schulden und baue bestehende Schulden ab. Informiere dich kontinuierlich über finanzielle Themen. Sieh Geld als Werkzeug, um deine Träume zu verwirklichen. Bringe Kindern frühzeitig den verantwortungsvollen Umgang mit Geld bei. Sei geduldig und strebe nach langfristigem finanziellen Erfolg. Ein Hund namens Money von Bodo Schäfer ist ein faszinierendes Werk, das Leser jeden Alters motiviert, finanzielle Bildung zu erlangen und ihren Weg zu finanzieller Freiheit zu gehen. Es zeigt, dass Erfolg und Wohlstand durch Disziplin, Bildung und die richtige Einstellung erreichbar sind und das auf eine spielerische und inspirierende Weise. Mehr im Buch Ein Hund namens Money spielerisch zu Erfolg und Wohlstand von Bodo Schäfer auf Amazon und auf www.marcusflicker.com Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Dein Feedback hilft nicht nur dabei, diesen Podcast zu verbessern, sondern unterstützt auch, dass noch mehr Menschen auf ihn aufmerksam werden. Wenn du auf YouTube zuhörst, vergiss nicht, den Daumen hoch zu klicken und den Kanal zu abonnieren, um keine zukünftigen Folgen zu verpassen. Dein Like zeigt mir, dass dir der Inhalt gefällt und motiviert mich, weiterhin interessante Themen für dich zu behandeln. Auf Spotify, Apple Podcasts oder jeder anderen Plattform kannst du mich unterstützen, indem du mir folgst und eine positive Bewertung hinterlässt. Jede Bewertung und jeder Kommentar sind Gold wert und helfen dabei, diese Community zu vergrößern. Und falls du auf Social Media unterwegs bist, teile doch gerne diese Folge mit deinen Freunden oder in deiner Story. Tagge mich, damit ich deine Posts sehe und wir uns auch dort vernetzen können. Nochmals danke, dass du Teil dieser Podcast-Reise bist. Bis zur nächsten Episode. Mach's gut und bleib inspiriert.